Und, äh... Ah, ich verstehe. Was? Was hast du gemacht? Noch gar nichts, aber ich könnte jetzt einen ausmachen, wenn ich schnell genug bin. Ja, mach doch. Ah, hab ich... Uh, jetzt bin ich aber tot. Hm, ja. Was ist? Hä? Halt die Fresse! Ich geb's dir echt bescheuert. Mach Tür zur, von außen. Zau ich dir eine rein. Gut siehst du aus. Ich? Boah. Ach, nee, nee, nee. Ah, du und dein Horst, ja. Ja, so ist das mit so'n Angestellten. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Okay. Was? Ja. Ja. Ich geb dir gleich Garage. Keine Ahnung. So ist denn jetzt nicht stehen geblieben. In der Deckung bleiben und so. Ach so. Oh, unser Geschütz. Ich war grad abzuholen. Ich dachte, wir wär eins, ey. Ich dachte, wir wär' eins, ey. Ich dachte, wir wär'n scheiß Gesch... Oh. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Wo? Alter, ist halt abgefuckt hier. Boah, das ist jetzt so am laggen, ich kriege voll dir nen Anfall, ja. Nein. Doch. Nicht jetzt. Voll schlimm. Du kriegst die Krise. Äh, ich hab sie schon. Die haste schon. Saftig. Dann kommen wir hier durch. Ich weiß. Sollt ihr durchkommen? Ja, ich muss doch gucken, ob ihr irgendwo ein Versteck ist. Äh, Geheimnisdingen. So, jetzt sieht der Endgegenau aus, ne? Ey, die müssen den Raketenwerfer kriegen. Ja, wo ist denn der? Ja, den kriegen wir gleich, mein ich. Ja, das hast du schon vor halbem Stunde gesagt. Ja, aber den kriegen wir jetzt gleich auch. Ich hab Sturmgewehrmunition gekriegt, aber richtig viel, Junge, ja. 100 Schuss. Ich höre da was im Anfall. Ich seh da auch ne Leiste. Ja, das Ding. Wuh. Was hat er denn jetzt hier? Wo? Ach, da oben. Da oben ist das Talgeding. Na ja, er ist schon asozial, ne? Wieso, ich brauche das stärkerste System. Ja, natürlich ist das der da. Wir brauchen einen Raketenwerfer. Boah, 17 Frames, ja? Ich krieg' nen Anfall, Junge. So, ich find' nix stärkeres. Boah, ist das geil, ja? Was? Dass das so geil ist, ja? Genau das hab ich dir grad gesagt. Ey, warum stirbt der nicht? Oh, was? Ja. Ich hab's auf jeden Fall ordentlich was zu schnitzeln, ja? Ja, klar. Was ist mir immer... Läufst du mir die ganze Zeit derisch? Passiert, verpiss dich. Jetzt verlaufe ich mich. Meinst du, ja? Ja. Was hat das denn jetzt hier grad? Hier, Bukaresta Viertel. Boah, ich krieg' die Füße mit 30 Frames. Das ist so ne Krankheit, ne? Oh, ja. Oh, ja. Ah, fick dich, du! Ah, wo ist der Ausschalter für das Ding? Wo ist der Ausschalter? Wo ist der Ausschalter? Ja. Ja. Er hat grad gar nix. Er hat geschütztes Ding in da. Das ist n'n Haus. Das Ordnance isn't gonna cut it. Ich bestimmt eine 36 Millisekunden Ping. Genau, nur da rein nix. Klare Sachen. Wicksal. Sooo, Ding ist aus. Ich hab Raketenwerfer, ja? Ich hab Raketen. But, I got a Painkiller. Ich hab keine Raketen mehr. Ja, deswegen hab ich ja Raketen. Was ist das? Muss hier nur noch treffen. Das Ding bewegt sich, ja. Er ist ja abgefuckt, ja. ifr. Epaaa! Hup! I have a point, hm. So ist er hier kaputt! Ja, den sollen wir ja auch kaputt machen! Ja, aber wir wollen damit fliegen. Ja. Tablets. Ich möchte, dass du diesen Weg gehst. Ich werde dir einen Schrauber holen. Vergiss es! Es ist kein Mensch, der hier in einen Schrauber fliegt und überleben kann. Ich kann es von hier sehen. Und ich mag immer die schienische Route. Was meinst du? Es gibt Aliens überall. Es ist... Ja... Duh... Da ist die Tür. Wir müssen Pause machen. Hm? Es ist Pause. Jetzt? Ja, jetzt. Okay. So, Ladies, da sind wir wieder. Nächstes Level. Ich habe jetzt alles auf Low gestellt. Lower geht nicht. Aber ich befürchte, es ist nicht besser. 30 Frames, ich krieg die Krise, man. Wenn sie wenigst stabil an 30 Frames wären... Ah, mal abwarten, was ab geht, ne? Was ist das, Prinz? Huh? Das ist, was es so klingt, wenn Doves kregen. Was ist das? Was ist das? Ich habe so viel getötet. Oh, ein Fliegenmoppet, oder was? Ja, so ein Ding. Vogel. Alter! Oh ja, da kommt Freude auf. Meinst du? Ja. Da geht die Sonne auf. Oh ja, da kommt Freude auf. Hm, saftig. Warum ist das hier kein Geheimnis? Ich krieg die Krise an. Alter, wo kommt die denn hier, die alte? Frage, bitte. Hm, saftig. Mhh. Hm, Geflügelsalat. ja das ist so wie Salat nur mit Geflüge Alter, bloggen die mich hier, die Drecksviecher, ich krieg die Krise an Hui! Wo? Ja überall Alter, was war das denn jetzt? Bist du auch verreckt? Nö Warum? Du sollst verrecken Keine Ahnung Verreckt, du sprichst hierher Uhhhh Wir haben ... blablablablablablablabla Lange kein Geheimnis mehr gefunden, wa? Ja Das ist schwul Wir müssen Geheimnisse finden, Junge Hm Ich hab'n Geheimnis gefunden Das ist gut Ich hab C4 gefunden C4 ist gut Ich glaub, wer ich da mal aufhören hat, hat Gutes, ja Können wir bestimmt noch gebrauchen Zum Krieg machen Ja Was hat denn jetzt? Weiß ich nicht Warum? Ich hab da gar nicht gemacht Ich auch nicht Hab ich das nicht verstanden Aber ist cool Oh hey Wenn ich saue dir Ich hab'n Geheimnis Ja, aber warum? Ich hallte, du hast das zu viel Ich hab'n Geheimnis Ich hatte die Brücke der hier rauf auf Autobahn ach so die ist nämlich eine doppelläufige Schrotflinte ja ja auf die mich gewartet die ist so geil boah jetzt war ich ein Ständer tut mir leid es ist oh ja Baby hast du das gehört Achtung da fetzt der Kopf voll weg das ist wieder schön oldschool hier eepa Baby vor allem One-Shot bei den komischen Skelettpferden ja wenn du die nahe äh genug rankommen lässt Schrotflinte ja doppelläufig ja wo überall ich liebe es man ich habe übrigens wieder ordentlich Frames so schlimm sieht es mit schlechter Qualität jetzt auch nicht aus aber könnte schöner sein ist der jetzt ein extra Level weil ich da TNT gefunden hab weil der C4 keine Ahnung könnte sein das gab es nämlich früher auch im ersten Teil da gab es extra Levels wenn du irgendwelche Geheimnisse gefunden hast deine Mutter ist ein Geheimnis ja jetzt sowieso aber ich habe ja ich habe ja